Hallo, wer hat denn jetzt nach den Zwiebeln gefragt? Also mir wäre ein Whisky lieber, wenn ich ehrlich sein soll. Naja, egal, kommen Sie erst mal rein. Hallo, es ist 11 Uhr am Freitag. Moment, so geht das nicht. Ich kann auch nicht dauernd auf eine Uhr gucken. Die muss schon halb 11 Uhr anzeigen. Okay, so ist schon viel besser. Hallo, es ist 11 Uhr am Freitagvormittag. So, jetzt ist Realtalk angesagt. Also hier ist nichts gescriptet. Beziehungsweise ich habe das alles selbst gescriptet. Okay, weiter im Text. So, jetzt ist es ein Ab Cottage her. Bitte schön, dass da nur die Flas user ist. finds man's stecken. Aber jetzt bewahne die Flasco und die Flasco zu режим static im Hintergrund darin. Ja, das ist seit 5 um und nicht. Ich muss bei die Flasco zu hören sein. Das war Bpassaa.